So, nächste Folge Legend Waro. Ha, da war doch vorher noch einer auf dem Server. Ich hab ja noch keinen Plan, wo der Dings ist. Ich bescheu schon mal ein bisschen. Ah, vielleicht haben wir nicht beschissen. Ich muss nur merken, dass ich von da oben kam. Nehme ich mit. Die ein paar Level, wo wir hier rumrennen. Ich hab nur Glück, dass sie runtergehen. Man, ich hab keinen Plan, wo der Scheiß ausgang ist. Ich bin der Meinung, dass es bei 50 und 30 oder minus 30 oder so. Irgendwo ging es hier hoch. Ja, geht da durch. Aber ich kann mir erstmal noch ein bisschen Zeit lassen, um Level zu farmen. Weil ich den Scheiß ausgang eh nicht finde. Vielleicht schreibt mir eine Zeit einer zurück, wo dieser Scheiß ausgang ist. Ist da eigentlich irgendwie was? Ne. Oder drüben gibt es noch Level, das könnte ich mir was noch zocken. Glauben, das glaubst du mal ja auch. Ähm. So. Ah, das war dumm. Fällt mir grad so auf. Das war ne mega dumme Idee. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist doch alles Quatsch, was ich hier mach. Also. Also. Und. Okay. Hier. Und. 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 bin ich ich bin hier einfach mal rot so das ist falsch ich muss in die Richtung glaub ich ich weiß immer noch nicht die Höhe also es ist irgendwo bei in die Richtung aber ich glaub ich geh mir das ganze Level noch zocken was vielleicht sind na komm ich zock mir jetzt die eine Folge noch die 30 Level zusammen dann vielleicht hat schon einen zurückgeschrieben nein natürlich nicht nur ich kann auf so einen Idiot diese Idee kommen an Silvester nochmal schnell fünfmal auf den Server joinen zu müssen man merkt es geht einem langsam die Folge zum Hochladen aus na komm ich baue mich jetzt einfach hier entlang bum 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 dann ich habe alle so ein Ding auf mich leck mich Arsch verarscht und die Falle einfach wieder eingesammelt. Nein, du scheiß Vieh. Was soll das denn? Kann hier irgendwie zum Spawn teleportiert werden? Ich geh jetzt einfach da hoch, ich nehm die Level hier noch kurz mit, und hoff dann. Warum hat der scheiß Inventar zu hoch? Ach, das ist dieser. So, das ist noch was. Bam, 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 bam. Warte mal, ich glaub da hinten war das Portal irgendwo. Kann auch falsch sein. Warum gibt mir da so ne scheiß Gas drin? Hoffentlich. Nein, natürlich nicht. Kann auch minus 55 gewesen sein. Ich hab keinen Plan mehr, ey. Da ist schon mal ne Kiste. Uh, das konnte richtig sein. Ne Kiste hab ich schon mal irgendwann gesehen. Uh, das ist total, das war echt minus. Das war echt minus 55. Jetzt verpiss ich mich schnell. Und mein soll ich schon eine gelooken? Nun, immer noch nicht. Will keiner. Federn kann man immer nehmen. Ah, das wird geklauter. Die wechseln. Und... Das muss ich noch bauen so. So, ich muss jetzt mal gucken was ich hier noch an... Achso, ich bin ein Depp. Ich bin ein N-Wilder. Oh, ich könnte ähm was probieren. Dass ich einfach mir... Versuche mit Büchern. Da hab ich eh genug von. Und Lapis. Oder ich versuche mir einfach... ein paar auf 5 Bogen zu machen. Wobei, ich glaub das ist scheißegal. Was man für einen Bogen hat. Äh. So. Tränke kann ich auch noch bauen. Bauen vor allem. So. Erstmal gucken was es gibt. Schauten. 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 Hm. Was hab ich noch verdient? Brot 1. Brot 1. Brot 1. Brot 1. Brot 2. Warte mal. Ich könnte... Ich könnte eine Brot 4 Diablos machen. Dann habe ich... eine Firebrot mit Zorn. Ah, ich mach das nicht. Ist mir so egal. Brot 2. Brot 1. Brot 1. Brot 1. Das sind 4 Level. 5 Level. Boom. 10 Level. So. Brot 4 ist komplett ganz. Brot 3. Brot 3. Ich könnte jetzt... den Helm. Brot 2 Ersatz. Das... Brauch noch... eine Hose aus dir. Ähm. Ja. Soll ich jetzt einen Helm... Entweder reparieren... den Helm. Ich mach mir erstmal eine Diahose als Ersatz. Und das ist dann mal... Ja gut. Mein Ersatzschwert. Auf was schon tot ist. Ähm. Das könnte ich eigentlich... mir da mit reinpacken. Weil dann kann ich Tiere... vielleicht braten. das macht sie auch so. In Schaff 3 hab ich auch. Das hat Schwert. Das Schmeid... Das Schmeidschwert brauche ich mir. Und den ganzen anderen Scheiße. Das hab ich so... Die Kartoffeln die nehm ich mal mit. Ah. Ich kann auch wieder essen. Ähm. Ja. Hier ist's. So. Protection ist schon was. Ah. Ich bin so ein Dead. Ich hab mich Projector Protection da drauf gemacht. Nicht Dead. Ja komm. Ist egal. Das ist das Ersatzzeug. Ich muss mal gucken ob ich da irgendwie was reparieren kann. Vier Level. Fünf Level. Sechs Level. Okay. Probieren wir die Schuhe. Eines. Ich glaube ich reparier einfach meinen Hellen. Warte mal. Was kostet denn das dann zusammen? Wahrscheinlich vier oder so. Vier Level. Und das kostet eins. Zwei. Drei. Komm ich mach das jetzt einfach. Äh. Mein Helm einfach auf komplettes Ding. Ich hab halt... Äh. Die Hose. Ich guck mal was ist. Äh. Äh. Hose. Ambus. Für neun Level würde ich die komplett wieder ganz bringen. Die Hose. Und für acht. fehlt mir die. Das heißt wenn ich neun Level hab. Und dann würde ich ja theoretisch eins zwei Dias haben. Kann ich das bis auf 408 machen. Das kostet neun Level. Und das kostet mir neun Level. Das heißt ich bräuchte nochmal 18 Level eigentlich. Ähm. Vier Level brauche ich dafür. Ähm. Ich geb hier das einfach mal alles hier rein. Ähm. Nimm das Schwert. Dann mach ich das einfach komplett kaputt. Ist ja egal. Und das Dierschwert hält eh genug. Ähm. Und kill jetzt einfach ein paar Mops. Habe ich da noch Fleisch oder so? Scheiße. Ne. Und das ist gar nicht so schlecht. Ich depp. Hab natürlich jetzt mein Scheiß wieder äh. Schön nicht dabei. Ah das ist dumm wenn ich wieder die ganzen Monster mit handen will. Weil dann geht meine Rüstung ja schon wieder kaputt. Ich depp. Vielleicht hätte ich mir einfach ne andere Rüstung anziehen sollen. Ja bevor ich dann noch sterbe. Ich werden 3 Minuten auch schon wieder gekickt eh. Ich mach das anders. Ich renne jetzt noch mal kurz zurück. Ah das. Den Creeper hol ich noch kurz mit. Ich hab irgendwie gar keinen Bock Äpfel zu formen wenn ich ehrlich bin. Aber muss ich halt noch machen. Ich werd mir auch glaub ich noch äh alles was ich schaff an Tränken zusammenbrauen. Einfach aus dem Grund dass ich ähm. Das muss ich mitnehmen. Den scheiß ich nicht tun lassen. Du Vogel. Warte mal. Vier Level. Hab ich also als Hatzschuhe jetzt. Ähm. Dessen nehm ich mal mit. Wobei ich lass einen da. Ähm. Ja das nehm ich nur mit. Ja das muss ich behalten. Ich mach mich nur mit 3-4-Sicht. Hä. Moment. Moment. Achso. Ich muss mich nochmal da hinstellen. Und nochmal ausschicken. Was ich jetzt genau machen will. So. Einmal. Und zweimal. Wenn das null. Und das. Und das. Ähm. Mir fällt ein Tier. Ich. Geh aber glaub ich dann da mit komplett und da Ding. Weil dann hab ich da nämlich. No. 2 Ersatz. Noch jetzt wird's Tag scheiße. Versch 영am. Welluent. Ähm. 커�ricSE. Bis zum nächsten Mal. Das weiß ich was. Bis zum nächsten Mal. Ähm. Himself ist auch nun so schwierig. Ey, jetzt hat sich der Enderman da weggedingsd. Das war's auch schon wieder, ey. Vielleicht muss mein Zeug noch in die Kiste einsortieren, ich depp. Ja, finde auch fürs Zuschauen, haut rein, servus.